Happy Birthday to you! Herzlichen Glückwunsch an Anloid, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Heute ist Mittwoch und ich spiele Mech Arena. Und wir starten mit... ...webbelabs wie immer, normal. Let's go! Okay, die erste Runde geht los. Wir starten mit dem Paragon. Lass mich doch hier durch! Ich wusste natürlich, dass da oben einer war. Ich wollte nur mit meinen anderen Mech haben. So! Das gehe ich mit denen aufbeinden. Meine Lieblingsstelle. Hier oben bin ich ein bisschen in Sicherheit. Ich bin ein bisschen. Hier oben findet und unten ist weg, in der Zeit. Hier oben ist das eine Möglichkeit, sich in 3 Hecht geöffnet. Ich muss da oben aufbeiden, dass das, wenn ich hier oben rauskomme. Ja über zwei Dahliai heute hier. Ich würde das nur her, das auch in seltenen, wäre gleich losgeist. Ich würde das einfachen. Ich würde das einfach noch rechen. Ich würde es aber machen. Ich würde mich jetzt mal schrauben, das wieder einmal rum. Sieht doch schon mal nicht so gut aus. Los, noch zwei Kills, ach nee, nee, nee. Schade, 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 schade. Nein, ich würde doch nicht springen. Okay. So, los geht's. Oh, kleiner Leck. Äh, das war die Wand. Er hat gesessen. Okay. Hat er mich erwischt? Naja, nicht schlecht. Na, beim nächsten. Ah, verloren. Und wer ist schuld? Die anderen. Wisst ihr, ich bin hier im VP. Also ich bin der beste Spieler aus meinem Team bestimmt. Das stimmt. Schauen wir nach. Ah, noch drei Queste fertig. Eigentlich nur eine. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, geht's weiter zur nächsten Runde. Viel Spaß. Die zweite Runde geht los. Wir machen mit dem weiter, mit dem ich zuletzt aufgehört habe. Ja. 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 juni. Ja. Ach, Mensch. Ja. Da rennt mir immer voller Linse. Okay. Der Nächste, bitte! Okay. Der Nächste, bitte! Wer kommt jetzt dran? Oh, mein Hemlock! Gut. Lauf! Lauf Hemlock, gib nicht auf! Es war schön, dass alle gerade da zusammen stand. Nicht getroffen. Okay. 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 Das war's. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Oh, mit dem Hemlock war ich sogar. MVP. Wie sieht die Bewertung aus? Oh, schon wieder drei Quests fertig. Nice. Ah, das war der Beste. Der Beste, der Beste. Let's go, letzte Runde. Let's go, die letzte Runde geht los. Bitte schneid euch an. Wir haben mit Hemlock aufgehört. Schauen wir mal, was wir jetzt noch machen können. Noch ein Sieg wäre natürlich nice. Schauen wir mal, was wir jetzt noch machen können. Schauen wir mal, was wir jetzt noch machen können. Ich wollte wechseln, deswegen bin ich so gerannt. Nein, wir verlieren. Okay, nein, die haben auch noch einen geholt. Das gibt's doch nicht. Ah, ist das ärgerlich. Nein. 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 Ein Schuss fehlte. Okay. Dann verschwinde ich. das habe ich getrunken ich muss aufpassen ja, 1-1, es wird spannend lass mich durch, ich muss nach oben und oben, jawohl Mist, da war die Becke der hat auf mich geschossen da hinten ok jetzt nicht mehr ja nein nein das gibt es doch nicht haben wir gut aufgeholt aber trotzdem verloren nein schon wieder 10-2 nein ok vorher war glaube ich 11-10 egal verloren ist verloren ja ich war nicht so gut deswegen haben wir verloren bitte besser sein muss schau mal mal nach oh die war mal vor mir gut, dann würde ich mal sagen das war's für heute und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, ich werde mich freuen, wenn du da warst du nicht nächstes mal wieder dabei sein bis dahin wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen